hallo schön willkommen zu einem sondervideo ja ich wurde von einem meiner lieben abonnenten die sei noch mal sage ich mal gleich namen von c talk lp wurde ich für 30 fragen tag ja getaggt ok und ich mache mal gern mit bei sowas ob es ja darf dann mal 30 fragen diesen fest vorgegeben darf ich beantworten und ich habe sie hier gerade auf dem monitor und deswegen nicht wundern wenn ich nicht ständig in die kamera gucke oder so ich bin da eh nicht so gut ich bin ja kein geübter schauspieler oder sowas ja fangen wir mal gleich an über unsinn über sinn und unsinn der fragen kann man sich streiten aber ich werde es einfach mal beantworten ok die erste frage lautet laptop oder computer das reicht einfach da sage ich natürlich computer mit laptop kann ich nicht viel anfangen ich habe zwar angefangen mein erster mein erster jahr war laptop halten laptop der mir aber ja ständig zu warm wurde erst mehr abgequant obwohl ich da nur billig 1602 gezogen zockt habe mal der war nicht gut und seitdem bin ich verkauft mit laptops da las ich lieber die finger von und da bin ich ganz klar bei computer obwohl wie gesagt ein laptop besser ist unterwegs aber ich bin immer noch ausgekommen mit dem ja mit dem stick stick ja genau ok dann mc tons oder burger king das ist so mehr latte sind beide ungesund aber ich es dann trotzdem je nachdem wie ich lust und hunger habe es ist mal da mal da ich bin jetzt keiner ich weiß da gibt es manche vertreter die finden ja mc tonn ist es besser andere sagen burger bei burger king sind besser ja ich finde das alles schwach sind manches da besser man ist da aber ist beides ungesund und ja ist mir egal eigentlich die rolle oder dio spray ähm dio spray ganz eindeutig die rolle das doch eher was für frauen also die rolle ane ganz klar nicht äpfel oder erdbeeren na ganz klar erdbeeren äpfel bin ich nicht der fan von ob ich da auch mal immer mal gern esse aber erdbeeren schmecken mir in der regel immer besser katzen unter hunde ja wer aufgepasst hat das ist ganz klar katzen ich bin halt ein katzentyp und ja mit hunden kann ich nicht wirklich was anfangen obwohl wir mal versucht hatten ja wie soll ich das erzählen genau wir hatten mal einen hunden welpen äh wohnten welpen aber mit dem es meine mutter irgendwie nicht klar gekommen keine ahnung aber egal katzen sind mir trotzdem lieber die sind leiser und reich ja bei jedem das eine blond oder braun meint die jetzt von der haarfarbe oder was blond oder braun ja ich habe die frage nicht geschrieben ich habe jetzt nur übernommen hier die schreibe ich ja nachher in die video beschreibung noch blond oder braun äh ja wenn es noch haare dann braun ich habe auch ja jetzt eher naja dunkelbraun obwohl ich auch mal blond war aber blond ja nichts gegen blondinen die sind ja auch nicht alle dumm aber blond finde ich so mainstream mag ich nicht lieber brunette süßes essen oder herzhaftes essen das kommt ganz auf die situation an obwohl ich eher zu herzhaftes essen tendiere süßes essen da dann das geht immer mal aber dann kann ich nicht so viel wie herzhaftes essen essen äh essen essen lego oder playmobil lego ganz klar playmobil ne war niemals nike oder adidas das ist mir so egal ich halte eh nix von marken besonders nicht bei schuhen denn nehme ich das was mir besser gefällt und gut sitzt und fertig aber ja wenn ich mich entscheiden müsste dann zu adidas weil das deutsche marke und nike ist amerikanisch da lasse ich lieber die finger von iphone oder samsung galaxy ganz klar samsung galaxy ich habe ja auch eine samsung galaxy s2 ähm iphone sind überteuert und sind auch nicht besser ja ok betriebssystem ist vielleicht stabiler aber ansonsten das ist alles nur gehirnwäscher davon iphone party oder schön das kommt auf die party an äh ne LAN party immer gerne nehme ich aber ansonsten weiß ich disco party geht mir gar nicht ich kann das ständige bum bum nicht haben obwohl ich gern halt mal laut musik höre also typische partys mag ich nicht immer kommt auch drauf an software oder kfc äh beides beides super also da hätte ich mal lieber mhm software oder kfc sind tausendmal besser als mcdonald's oder burger king die schmecken so viel besser alles da also da sagen wir mal besser also das ist beides gut links oder rechts hinter rechts hinter also da gibt es ja keine diskussion cola oder fanta schmeckt beides weder auch dem wie ich lust hab keine ahnung horror oder liebesfilme ähm das ist jetzt eine schwierige frage ich hasse horrorfilme ich zumindest ich bin so ein schisser ich verstecke mich laufend dahinter im kissen wirklich und bei liebesfilmen naja romantik geht schon mal aber reiner liebesfilm das ist mir so schnitzig und kitschig oft das kann ich nicht haben nintendo oder playstation da will ich mich nicht entscheiden ich habe beides ich habe sowohl eine ps3 als eine wie ähm gamecube ja okay playstation ist jetzt ps3 ist meine erste aber nur weil ich mit nintendo aufgewachsen bin ich kannte vorher noch nicht so viel jeder hat so seine exklusivtitel die wirklich beide gut sind beide daseinsberechtigung ich finde die haben beide fast für sich canon oder nikon das ist mir warm ich bin eh nicht so fotografisch mache ich mein smartphone habe mache ich eh nur noch bilder damit ich finde die bilder die die kamera die 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 smartphone kamera machen kann sind einmal frei reicht mir vollkommen aus ich hatte mal eine kamera ich weiß nicht mehr von welcher marke das war ist mir egal kino oder kino oder dvds da sage ich ganz klar kino ich bin absoluter kino fan das ist so viel geiler und dvds hole ich mir fast nie weil ich gucke mir jede woche fast aktuelle kinofilme die ins kino kommen gleich an und nach einmal die meisten filme gucke ich nur einmal im kino und dann nie wieder und dvds gucke ich ja ich kenne manchmal dvds geschenkt aber dann gucke ich mir wie gesagt auch nur einmal an und dann war es das ich weiß nicht ich habe so viel anderes zu tun weihnachten oder geburtstag kommt auf die geschenke drauf an nehmen also eigentlich mit geburtstag lieber weihnachten dass immer das ganze familien tratsch und heck meck manchmal ist mir das zu viel und besonders die ganzen geschenke da muss auch viel mehr geschenke kaufen geburtstag kriegt bei geschenken ja geschenke geschenkt da muss man nicht selbst geschenke kaufen deswegen mag ich weihnachten nicht so weil ich auch ich hasse geschenke suchen boah das geht mir so auf den sack nee geht gar nicht zocken oder skaten zocken skaten ich habe mein skateboard gekauft nur weil ein freund mich der zu verleiten hat aber das ist absolut nicht meins ich habe es nach kürzester zeit drangegeben ich hatte einfach nicht die motivation mich daran zu gewöhnen da ohne lenker wie beim fahrrad da zu fahren nee hast du nicht meins ja zocken nacht oder tag ja ich bin schon das nachtkind ich weiß nicht nachts ist so schön ruhig da hat man stille für sich da nerven sich andere ich weiß nicht hat irgendwie mehr was beziehung oder single da ich noch nie lange eine beziehung hatte doch schatter eine aber single hat vorteile beziehung hat vorteile oh mein single disney oder looney tunes Prozent kann mit den beiden nix anfangen mit ihm aus obwohl gut ich muss ja wirklich sagen oh ich merke gerade meine kamera ich bin ein bisschen bald so unten das merke ich jetzt gerade warum hat sich das verstellt das hatte ich doch eben perfekt eingestellt tut mir leid wenn ich jetzt nicht richtig im bild war ach diese irgendwie auf an mein aktuellen monitor wenn meine webcam da nicht richtig halten das war irgendwie beim letzten blödes ding bleibt doch hängen hm muss jetzt so gehen ähm ja goofy und äh goofy und max und so das habe ich früher mal geguckt das fand ich immer toll ja dann sage ich disney also looney tunes also die sind mir zu überdreht mit denen konnte ich noch nie was anfangen habe ich auch nie geguckt als kind apple oder microsoft hm ja ich finde meine nicht gut ich meine ich benutze lieber windows weil da einfach mehr spiele drauf laufen und apple die sind wie gesagt wie beim iphone sind mir einfach zu überteuert pfff toll system ja betriebssystem ist vielleicht besser aber da ist mir das geld nicht wert baden oder duschen ganz klar duschen weil wann habe ich das letzte mal gebadet keine ahnung es ist mir einfach eine zeitverschwendung ich weiß nicht ich bin jetzt nicht der typ wenn ich mal irgendwie ich länger im wasser sein will da gehe ich ins schwimmbad aber so baden ne da schnell mal duschen dass ich das schnell hinter mir hab fertig batman oder spiderman äh keinen von beiden ganz ehrlich ich kann die ganzen amerikanischen comic-helden da nix mit anfangen die sind mir alle unsympathisch jetzt mach ich mir vielleicht feinde aber ich kann mit denen nix anfangen ne keiner von beiden was dunking donuts oder starbucks interessiert mich nicht was ist was denken donuts ein donut ja wenn das ein später donut ist würde ich ein donut sagen starbucks ist ja das kaffee aber ich bin ja auch kein kaffeetrinker ich kriege nie kaffee nie ähm dann donuts ähm gestylte haare oder mütze ja wenn naja wenn Stroh dazu zählt dann mütze weil wenn ihr mein profilbild kennt dann wisst ihr dass ich äh gerne mal hüte auf hab und ich benutze nie gel ich hab hab ich überhaupt noch ein gel ich benutze nie gel ne mütze manga oder comics naja ist das ein großer unterschied ja ist schon ein unterschied aber ich finde dies ist eigentlich gleiche rubrik nur dass das eine eher aus japan kommt und comic eher aus amerika aber ganz klar manga weil wie gesagt mit comics da habe ich ja schon bei batman und spiderman gesagt ich kann nämlich nichts anfangen und ich bin eh eher ich mag lieber animes und mangern habe ich ab und zu mal gelesen ja die sind mir eindeutig lieber youtube oder fernsehen äh youtube ich als youtuber sagt youtube ganz klar wann gucke ich schon mal fernsehen noch ich gucke da nicht mal für filme wie gesagt ich gucke die filme jetzt immer im kino gleich habe ich keine werbung und es ist einfach riesengeile leinwand da brauche ich kein fernsehen und sonst die shows und ich bin eh kein serien gucke auch ich habe paar wenige serien wie the walking dead oder game of thrones die ich gucke aber die kaufe ich mir auch da kaufe ich mir eine dvd weil ich habe keinen bock da ewig drauf zu warten und mit werbung da hole ich mir dann gleich eine ganze dvd box von der ganzen staffel wie gesagt youtube da gucke ich sehr viel und fernsehen fast gar nicht ja und das waren die 30 fragen okay ah bevor ich es vergesse sage ich noch bin ich stecke ja ähm ich kenne ja jetzt nicht so viele also ich habe viele abonnenten aber ich kenne nicht viele persönlich die stecken könnte ich stecke einfach mal meinen bruder auch wenn er schon gemeint habe ich habe nämlich schon gefragt ich mache es trotzdem er hat keine lust drauf ich stecke ihn trotzdem einfach mal weil sie noch was macht und die lautere barbaren ja ich weiß die sind eigentlich relativ inaktiv sie haben ja ab und zu jetzt noch ein konnerstag video hockland aber mal sehen ob jemand reagiert und trotzdem mal die fragen beantwortet sind ja mehrere freunde von mir und vom gymnasium noch und ja nicht nur aber mal sehen ob da wird mich mal interessieren ob da jemand reagiert und es mal noch ein video macht also dann ja das war's dann reicht auch wie lange habe ich oh leck ich habe jetzt 13 minuten gequatscht echt 30 fragen boah naja ok ich schweife mal gern aus besonders wenn ich irgendwas ein thema habe wo ich dann mehr zu quatschen kann aber gut ja das war es jetzt mit dem sondervideo mit dem freisichtragenteck ich hoffe es hat euch gefallen und ja wir sehen uns dann in einem anderen let's play ok macht's gut show aufnahme stoppen wie geht das